ja hallo und herzlich willkommen zum zweiten zurück vom Überlebensmordorch Worsi er kann er so wichtig machen als Maul ich schieße dir gleich in die Fresse Alter nein 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 Tag 2 A2 Tag zwei Tag 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 A1 er schaue mal das ist der einzige Baum auf dem Berg genau er hätte er Wurzung von wie es mich so an aber auch sieht aus wie eine Titel ja das würde ich auch gerade sagen von deiner Mutter er hat die große er aber weißt du was käme das wäre noch nur die Gewinner noch ein Berg wird neben der Welt auf sie schon den Baum so groß ist mein Penis er hat er will ohne Blätter oder was er hat er er hat er ich bin ich möchte okay kann ich immer lutschen wer den Muttern lebt die letzten naja ich schieße immer wenn sie mal um halt auch eine Form hätten also für die erste also nicht dass es irgendwie halt Strichler sind und also alle Streifen dazu wegen Systeme die manche Äste haben nur Streifen einstellen Prozent Form also sei ihre Textur Köln im ersten Zuby einmal ich muss kurz was essen jetzt schützt Warte mal ich muss auch was ich habe nichts mehr zu trinken auch so was trinken hier gehen aber was sollte geben ich habe zu bedrohen bist du das ist die Ruhe alles was in dringend er wird zu tun haben bekloppt und den Klin der Wiener ich schaue die Fresse der Wurz zu kommen wo ist das Militär-Präsident in den Berg hinter dem Berg Spiegel mit 30 er spielt die Schildesvolle Blut dort der Wiederschutz von Blut der Strecke Bob sie müssen er gut aus nach Blut das ist auch anscheinend die Kenntung so sehr frisch und so aussehen als als ob es aus der ja in Kacke Röpfer der Söhne okay mit dem wenn wir schon da also wenn wir schon da und in die Blätter und dann ich bin schon da das auch aber das sind richtig viele Spiele also hat wir sind jetzt aber das ist ein er war in der Regel 6 7 8 19 zwei davon sind wir also sind acht Spieler wir müssen aber erst mal die Lage checken ich habe ich habe ein Fernrohr warte mal kurz was wird oder so ist die Leute ich habe die Verloren erwarten mal wo bist du der Kuchen bist du Arbeiter okay er hat kein Leben mit Waffen die sie kann jetzt um wie es auch nur ein Gott Bucke zu sehen wie ich damit bist du sie sieht so wie es ganz so bis dahinten Scheiße verdammt sind es viele hat er mich hat St Altersschwede damit kommt bei der Mittel der Ernst Kostik das Blatt für die Äpfel die Episode er weil wir sterben nur verpackt hier geht es rein die Regierer du kannst nicht wenn dann rennen da ist kein Zorn in der Nähe wenn die uns in die davon geht ja gar nicht um kurz warten war gut um 2 2 1 aber auch immer ist die St die Städte oder weitermachen ich habe bestest das beste Stoffschild der Welt so hoch so hoch erklärt und mit ihm wie der Wartner ich meine Kammer erwähnt du ein Gokadette wird es drückt und durchbauen mit also die erste in das Haus rein und dann hier in die Lagerfabriken um was hat sich hier letztes Mal gekriegt was mir war hat mir war irgendwo anders das Militär des war richtig Fett und es ist irgendwie bis hin als es ist nicht dieser Militärin ich höre ein Zombie ich glaube links von uns ja das ist was sind linke Seite ja das das ist auch eine Leiche das ist auch eine Leiche bitte wer es bloß nicht UDF ich bin weiter nennen was passiert wenn der Spieler was ist aufpassen das nicht umgehen das ist ein kleines das ist ein okay gehen an dem Ort ja genau vor der Tür ist etwas Antibiotika er ist er das auch was zu trinken wort das ist ein Lieferantrag was ist dann wenn ein Liefer Worte zu bekommen er schiebt L 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 ich weiß nicht ich denke der will uns verletzen er ist uns anscheinend ich dachte mir schon dass ein Helikopter come on ja schreib ja schreib ja ja warte mal nicht zu mir surprise Motherfucker wieder geflogen surprise was siehst du für ein Spasti Alter es geht ums nackt überleben nur wir zwei Mike nur wir zwei die er ist noch ein Toter Spieler da die Flügel keine Beine und euer Beyer wo er das kräftet denn es ist ich bin ich habe keine Ahnung dass eine in der Hand der Bandage gefunden und ich glaube weiter der war fremdlinie und du kennst die Welt auf den Kopf ab so gescheit von der Welt er hat mir Angst gemacht und ich war die Taschenlampe okay also dass mich ich habe eine Taschenlampe du hast eine Taschenlampe ich habe die Taschenlampe ja ich ich wollte die Taschenlampe wieso du weißt du das das ist voll das der hätte uns helfen können weißt du das stimmt darum habe ich gar nicht nachgedacht naja egal naja egal naja egal sowieso ja sein leichtes hey er wollte meine Penke lassen also lass mich hallo er hat dich gefragt na und da ist ein Zombie ich will in den Raum schießen ne 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 das war witzig Okay gut haben gewöhnt also bis auf das das ist nicht ich finde ich halte mehr Spieler sind eigentlich gefährlich und so bis für mich jetzt und sie Waffen haben sehr so wichtig der Schreibt uns doch mal bei der Indikität als er mal wieder gesehen Nein, hat er nicht! Das war jetzt Helikon, Muscle, Lo... Loll! Flugzeug! Oh! Ey, das ist mit Pred... Ey, das ist mit Pred... Der schnell hast du! Ey, viel Spaß, Kevin! Ja, danke mal, ne? Soll ich ihn erschießen? Ne, ne, keiner aufmerksam! Ich weiß schon, wie... Ich geh nur auf! Scheiße, da war zwei! Schütz, Bro! Hoppe! Hoppe! Da haben wir von anderen auch gesehen, die kommen gerade. Also, ich bin irgendwo in Sicherheit. Und er soll ich meine, Taschenlande und verkloppt sie! Komm, ey, du Arsch! Warte, ab, da kommen wir hier wieder! Die kommen und wir auf uns rausgehen. Das ist die Funktion, dass es nicht fällt. Danke, Herr Hargers! ...und krassiert! Wir Sind das hier? Bandagen! Yeah! Bandagen! Ey, da kommen aber andere von mir. Sei bereit! Ja, und chill! Ja, das ist ein andere von mir, auch noch gekommen. Scheiß, warte mal kurz! ich brauche mal kurz pänke lassen also wurde so getroffen ja Mike, die haben dich gesehen ja, aber wie bist du draufgekommen? okay oh, wie der das sagt, wenn du springst sag mal oh 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 weil wir uns abwürdig sind damit ich wechselte zu Waffe, dass mich keiner sieht okay 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 ich glaube ich sagte doch komm rauf, Kevin lass mich, lass mich, lass mich, lass mich na ja und das nicht verschwenden yeah, hey, hey nimm mal auf den Kopf, ne nimm mal auf den Kopf, ne Arsch, Loch nimm 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 ha ha da 蛋 ul nimm 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 nenn nimm den Weg Schau wie der sich hinlegt Oh mein Gott die Städte gehen wir weiter heißt das gehört wo er gestorben ist Blöööö Blööö um Joa um wir sollten lieber weitergehen wir gehen jetzt auf das Haus hoch bei der Schöne Ata was ist das was er da war was er ich will auch was zu sehen das ist eine Pistole Pistole darf ich wenigstens haben war die Junge so ich muss ja richtig auf aufgerüstet ich hab wenig Munition sind die Pistole ich kann ja nicht ja was die Fläschel dann die Mieter dann gibt mir die Taschenlampe Wendern ihr habt die Pistole zu gehen okay so geht es der Schauer mal ob das in den Mülltonnen drin ist okay ich wieder hoch ne aufs Haus er wie aufs Haus ein Zombie hat mich gesehen keine Sorge ich hab alles im Griff ne geh hoch mit der Taschenlampe h wir bist du drauf gekommen er ist wie das aussieht er weiß nicht wie das aussieht ich habe ihn aber sieht aus wie die von der Orte Stimmt wenn man das so haltet ich habe ihn überhaupt auf den Kopf mach ich mal weiter das war ein Stuttischer mit Spalt, komm her siehst du ja ein Faden? Ich sehe ja kein Faden voll ja mach einfach einfach nicht so weit irgendwie möglich das tut ok mach mir hier kurz eine kleine Aufnahmeunterbrechung und bis zum nächsten Mal ne? tschüss tschüss